Also es kommt hier, jetzt möchte ich noch mal betonen, es kommt hier nichts doppelt vor. Also bei Movie Favoriten kann auch gar nichts doppelt vorkommen, weil ich hier meine Liste habe und es wird jeder Film abgestrichen, der schon dran war. Genauso war es ja bei der Vorstellung ganz am Anfang von meinem Kanal, wo ich meine Regale vorgestellt habe. Da ist auch nichts doppelt vorgekommen und auch bei meinen Unboxings kommt nichts doppelt vor. Das heißt im Endeffekt, alles was ich anboxe vom Postmann, das hatte ich definitiv noch nicht in der Sammlung. Wenn einer jetzt sagt, der Film hast du doch aus seinem Regal rausgezogen, hast du in eine Hülle rein, in eine Posthülle. Nein, das ist nicht so. Das werde ich definitiv nicht machen. Natürlich ist es unübersichtlich für euch, vor allem die, die nicht regelmäßig zuschauen, aber es ist faktisch absolut unmöglich, dass hier was doppelt gepostet wird. Also wenn ich hier einen Film rausziehe, ist es auf jeden Fall einer, der hier in Movie Favoriten noch nicht vorgestellt wurde. Und beim Postmann Unboxing ist es definitiv kein Film dabei, den ich schon mal in der Sammlung irgendwo vorgestellt habe. Nur, dass ihr das nochmal wisst. .